Sie sind ein Küchenneuling und möchten endlich einmal selbst etwas Kulinarisches zaubern? Oder wollen Sie Ihr Können durch raffinierte Tipps und Tricks erweitern? Wenn Sie schnell und unkompliziert frische und leckere Gerichte zubereiten wollen, dann ist das neue Kochbuch des Christian Verlags genau das Richtige. Sie lernen den perfekten Pizzateib zu kneten, zaubern süße Begleiter für den Nachmittagstee und präsentieren Ihren Gästen ein festliches Menü. 600 überzeugende und vor allem köstliche Gründe zum Kochen erwarten Sie auf über 400 Seiten. Egal ob Sie ein leckeres Frühstück, eine Mahlzeit für zwischendurch oder ein verzauberndes Dinner servieren möchten, das Kochbuch füllt all Ihre Wissenslücken und sollte in keiner Küche mehr fehlen. Das Kochbuch erschienen im Christian Verlag. Das Kochbuch ist ein leckeres Frühstück.